Ich glaub schon, äh, ich glaub wertgegig schon, dass du nur dafür dauernd verkauft zu werden. Doch dann ist es wie in den allgemeinen neuen Final Fantasy daheim, dass es keinen wirklichen Deal mehr gibt, sondern dass du das Zeug verkaufen musst, wie auch der Deal. Oh, das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich sammle lieber so, und dann einfach nebenbei. Na gut, dann erstmal alles verkaufen, das erklärt mich auch, warum wir kein Geld haben. Lindwurm-Schupp. Oh, geil, jetzt bitte aus dem Weg. Nö. Nein, nein, nein. Du hast uns trotzdem ganz schön Geld, gut, äh, ganz schön gut Geld. 5.000. Für den BM-Hoff. Ähm, ja, kauf uns dann noch ein paar Steaks, davon haben wir keine. Oh, 5. Ach, von allen, was wir jetzt haben. Nichts haben, kauf uns einfach mal 5. Auch von dem Ei, kauf uns 6.3, dann mal 5. Komm, 3. Jetzt sind wir wieder bei 5. Ja. Okay. Gut sagen. So. Dank dir auch, mein Freund. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Fieler, kunden. Alter. Danach noch der BM-Hoff. Scheint doch noch länger zu werden als die UOP-Dach. Alter. Krasse Scheiße. Pffff. Jetzt schon fast 2. Nee, noch nicht ganz. So eine Dreiviertelstunde könnte es jetzt sein im Spiel. das ist schon recht lange für eine Demo, muss ich sagen, aber wir tun echt einen guter Einblick, wie gesagt, mal gucken, was uns am Ende der Demo erwartet, da war noch ein kurzes Fazit dazu, was mache ich danach, ich habe jetzt keinen Bock, hier nicht reinzulabbern, aber wir laufen jetzt hier rüber und gucken, was wir da drüben finden, nichts vor dem Töt, dem Töt, dem Töder Flaschen, danke Manni, mit deiner motivierenden Ansprache, die du immer so mit herrumträgst, oh, danke, danke meinen Eltern, dass sie mich gezeugt haben, ach Manni, du alter, hau-ding, äh, leck Kampf, aber wir laufen, denn wir wollen nicht kämpfen, ich, aber danke, glaube ich, glaube ich, den regt der ja, warum, ja, wir müssen hier leider kämpfen, kacko, ähm, wir kommen jetzt nicht auf die Karte, ach, meine Dameni, Kampfbildschirm sind, oder? Jetzt sind wir auch wieder am Kampf, kacko, kacko-fatz, alter, das muss ja der Weg sein, ne, los, komm her, du, alte Säbelkralle, fang's lang, fang's lang, Fanta tot, Säbelzahn, tot, also mit den Anvisierenden, das ist auch manchmal ein bisschen, also nicht so, ich glaube nicht, alter, das ist doch was anderes, das ist doch漂亮, das kann ja sowasоры, weil er glaube ich, die Stärke von Four, ich schreibe, also wie da die Blase, Ich muss euch mal sagen, was... Also mit dem Anvisieren ist so funktisch... ...ganz so gut, aber... ...deutschst du ein, dass man anvisiert... ...aber er krallt sich da nicht fest und lässt gleich wieder los. Manchmal krallt er sich halt fest. Ähm... ...und da verliebt man sich nicht so ein Problem, muss ich sagen. Na komm her, ich sag zu uns. Nimmst du eine kleine Anzeige am Rand oder haltest die Kamera, der... ...dem sie folgt, dem... ...das wäre richtig wichtig. Wie gesagt, haben wir jetzt noch anvisiert oder nicht? Weil ich weiß nicht, weil er erst aus dem Bild gelaufen ist, um das nicht mehr. Wie gesagt, ich drücke jetzt hier zum Anvisieren, aber er lässt sofort wieder los. Ich weiß nicht. Du musst mir das dann gedrückt halten, um das zu anvisieren. Alle halten aber auch ganz schön viel aus, würde ich sagen. Und... ...gab auch keine wirklichen Erfahrungsmöglichkeiten. Komm her, ich muss weiter gehen. Ähm... ...da ist noch ein Lager. Aber ich sag mal... ...kau zu schlafen gehen, weil er kriegt mal erstens... ...und wir haben ja noch einen Bonus, der anscheinend... ...weil irgendwie dumm, wenn man vor allem noch kämpfen kann bei mehrfach... ...ich glaub der... ...der geht nicht so schnell weg wie der Bonus. Okay. Mal überlegen mal, wie lange wir den Bonus jetzt haben. Das ist der ja... ...und noch... ...ne, vom... ...vom vorigen Lager. ...und hat ziemlich viele Kämpfe durchgehalten. Jetzt wird's bad time. Sieh mich gut. Da hauen wir uns mal die ganzen Erfahrungsmöglichkeiten drauf. Ich müsste eigentlich... ...ein, zwei Level führen. Das müsste drin sein. So viel wie wir gekämpft haben. So viel wie wir gekämpft haben. So, ansonsten... ...bis heute... ...oh, lecker Hautguraguten. Wow, Ignis. Du kochst jeden Tag... ...was Ignis. Ja, ich glaub schon. Du kochst jeden Tag das gleiche. Du bist so cool. Boah, sechs... ...sechstaus noch vor. Ne, das sind ja für alle... ...was, das müssten für alle fast zwei Level sein, oder was? Kratzen scheiße. So. Na gut. Ich sag mal, gucken wir mal... ...und ne, das... ...die vier... ... vier Level... ...das weh. Also... Ne, das kann... ...nä, ganz ehrlich, da mussten wir halt nur... ...als 9,99 Level haben, weil sonst... ...alter... Überleg mal, wie wir uns jetzt schon gelevelt haben. Und dabei haben wir jetzt nicht mal wirklich ne Trainingsrunde groß gedreht. Wir haben uns halt nur in der Welt ein bisschen umgeguckt. Und haben jetzt trotzdem schon... ...echt übel krass gelevelt, muss ich sagen. ...oder ist das nur hoch gelevelt? Ich kann es mir im fertigen Spiel fast nicht mit dem Level-Anstieg vorstellen, ne, leg mal was. Weil dann kann das Spiel ja nicht lang sein, wenn du schießt, umlegen wir jetzt schon knapp ein Fünftel dann vom Level hast. Ähm, ja, ist wahr. Oh, mein Gott, das ist eine ganze Gruppe von den Blauen. Oh, die sind im Arsch, das heißt, die sind im Arsch. Die fressen übelst viel, und sind zu fliegen und haut nicht ab, als die Säbelzahlenkrallen überhaupt. Ähm, das ist gar nicht gut, muss ich mal feststellen, das gefällt mir ja nicht. Kein Müller, gefällt mir das. Kein Millimeter gefällt mir das. Wartasch! Okay, Aua! Ah, I have hurt my feet. My feet are hurting. I have hurt my feet. 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 Get out. No, im Sinn. Nicht bei uns. Uns ist alles egal und schau. Ich schaue. Ähm... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ähm, Romto ist auch tot. Alter, die macht übelst krass. Ganz schön schwer zu bekämpfen. Hey Leute, mal wieder. Ähm, das ist nicht so glücklich. Wie ist das denn? Ah, so kann man einbringen. Okay. Äh... Achtung! Achtung! Jetzt kommt es nicht zu haben, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. What the fuck? Meine Idee ist das so! Ich muss nicht, wie wenn ich auf die... ... die Stände und Heil dran bin. Warum ich bin... Ah! Ich konnte nicht sagen, wie viele die Gehalte haben. Weil ich bin gerade gewünscht auf die Fresse gekommen! Also! Ähm, verdammt! Guck mal her, Junge! So, schlafen, schlafen, schlafen. Verdammt, die haben noch ganz schön viele, aber die sind alle ziemlich einfach schwer, dass ich sie zu bald vorbeigelegt habe. Verdammt, die geht immer rum vor oben, ey, scheiße! Es ist so gut, dass ich kaum den Otharion-Sprung nutzen kann dafür. Das ist ja die Scheiße hier. Tau, oder was? Tau, Tau! Oh, ne, natürlich habe ich mich teleportiert und bis zu einem MP verschwendet, das ist echt sehr wund. Oh, fuck, er hat echt noch viele noch, wie ich sage, richtig viele noch. Aua! Ich habe mich nicht fest. Hat mir richtig gebracht, mich hinterher zu teleportieren. Oh, das ist ja noch voll, alter Kacke! Wow, das war aber hartes Stück. Hartes Stück, äh, mehr Butterbrot war das. 150 oder was war das? Ich gebe mir nicht vieler vor, wenn ich dachte, dass es so vieles krass ist. In der Gruppe kommt es da. Macht es meistens bei den imperialen Tykos zu trainieren. Ah! Weil die kriegen, geben wenigstens ordentlich Punkte. Alter. Ja, 206, aber auf der Folge heilt. Okay, macht Sinn! Ich bin glücklich, dass du das hinter uns putest. Oder heilen die mich einfach nur komplett voll jetzt. Gut, kann ja sein, weil wenn ich eh hier, ähm... Aber wobei, ne. Dass du hier mehr Level frisst, kann auch nicht sein, weil sonst wärst du, überleg mal... Wir haben jetzt das Level und haben ganz schön... Nein, nein, nein. Sieht ein bisschen sketchy zu mir. Sieht ein bisschen sketchy zu mir. Schade Idee! Ne, und haben ganz schön viel, ne, was wir trotzdem einstecken. Ohne, die Monster sind halt auch mit angepasst worden, das kann ja auch sein. Aber bei dem... Ja, zwischenzuspeitern, yay, yay, ho, ho, ho. Ne, bei dem muss ich sagen, oh mein, ist das hier dunkel. Was wird... Guck mal, äh, Fehler schon im Aufbausystem. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen heller, weil sonst wird es ein bisschen sehr dunkel auf YouTube dann. Wobei, ach, jetzt geht. Okay, nicht. Ich hoffe mal, das ist nicht wirklich das Original-Level-Dings, ey. Sonst muss es noch andere geben. Oh, eine andere Gruppe. Eine andere Gruppe wäre ja auch noch möglich, muss ich sagen. Weil, wenn das das Original-Level ist, dann bist du ja extrem schnell aufgelevelt. Aber es gibt halt wirklich mehr als 99. Okay, die Karte vom... Groß, aber... Hm. Trotz all dem sehr geradlinig, muss ich jetzt sagen. Das ist jetzt nicht wirklich ein großer... ...Ügelskeller... ...Danschen. Ja. Hier wird es nämlich dann auch nervig, dass die Leute hier ständig im Weg stehen, weil... ...die Situationen... ...wir müssen uns für alles vorbereitet werden. ...wiegendwas. Everybody! Bleib alert! Hm. Nicht am Arsch, Junge. Leck mich jetzt am Arsch. Ähm. Ne, ich komme auch rüber. Ne, hier müssen sie auch echt nachpassen, weil... ...so, vor allen Dingen hier in den engen Räumen... ...hat man jetzt schon gerade gemerkt. Ey, das ging ich so fest. Und ich habe die Befürchtung... ...das ist ja noch... ...da kommt dann noch enger aus, da habe ich die Befürchtung, dass hier wirklich die Leute... ...jetzt... ...so, jetzt habe ich mich festgekrallt, jetzt muss ich erstmal komplett zurückgehen. Ja, ich habe die Fürchtung, dass ich bei dem engen Raum mich noch öfters hier drinne festhaken werde. Gepart mit der... ...coolen, ähm... ...lock-on... ...unddings vom... ...wir vom Anvisieren könnte es ein Spaß hier unten werden. Großer Spaß. Okay, wir quetschen uns hier hindurch. Gücken wie wir herausgewinnen. Ich habe Ängst wie wir herausgewinnen. So, jo. Ziemlich eng, mein Freund. Komm, komm, das schaffst du schon. Igni Boy. Igni Boy! Ist der Igni Oran? Ach komm, reiß dich zusammen. Junge. Wir packen das. Wir müssen ja hier rein. Warum auch immer wir jetzt hier reingehen. Wir dürfen bestimmt Geld zu bekommen, weil... ...gesagt hat es keiner, warum wir jetzt hier eigentlich reingehen. Tsch. Wir sind ein Tier. Wir sind ein Tier. Wer? Wer? Was? Wir sind ein Tier, die gesagt haben. Ihhh... Goblins! Fuck! Komm herr, mein Gott! Komm herr, mein Gott! I see the Goblin! I killed the Goblin! Das ist aber Eak-Schuss! Oh Gott! Das ist ein Eck! Nein! Das ist ein Eck-Schuss! Das ist ein Eck-Schuss! Das ist ein Eck-Schuss! Okay, so! Weißer Kampf noch nicht! Ach, da ist er! Oh, Zala! Was kann ich sagen? Was? Ich muss nicht so viel... Ich muss gerade einen Husten unterquellen... Hier war nicht so viel Erfahrung, aber durch den Bonus hat es sich gelohnt! Weil ich glaube, hier unten werden nur noch so viele Goblins auf dem Haufen treffen! Ich glaube, da werden wir auch gute Erfahrungen farmen können! So schätze ich das doch mal ein! Ähm... Ähm... Ja, gut... Ja, gut... Pfff... 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 Was ist hier durchkriechen? Laufen wir uns eigentlich hier drinnen nicht? Wirklich? 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 Ach, du Schein! Kommt ihn her! Na, weg dir! Oh! Okay, abgebliert haben wir die! Äh... Rundumschlag muss hier echt was ausüglichen! Kann daher übrigens viel auf dem Haufen stehen! Da ist ja das... Hier drinneste Rundumschlag... Perfekte Mittelwelt! Wasser an Goblins... ... und dazu... ... und der eine Raum... ... fährt sich immer noch eine ordentliche Menge abgeschirr! Wurde pariert! Wurde pariert! Wurde schicht! Wurde schicht! Der ist gleich weg... ... und der ist weg! Hey! Und... ... da in einer�jahr! Ach du Scheiß! Wir hätten ja hing her in dem Loch drinnen! Wurde abschlauch! Lass müssen wir rauskommen aus dem Loch... Das ist ein Lumpad! 540 plus 200 Dollar Bonus. Das ist Erfahrung! 1.608 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 1.323 1.608 1.608 1.608 1.708 2.709 1.608 2.708 2.708 Das EW-Bonus ist eigentlich ganz ordentlich für so einen kurzen Kampf. Aber echt ganz ehrlich, für den kurzen Kampf war es echt mal ganz gut. Kreislauf, ich weiß nicht ob wir hier links oder rechts umgehen zuerst. Oh, da vorne klingt was rotes, das was selten ist, ist das? Alter, du bist zum Scharschen, Junge! Erschreck deine Hobie! Oh, schau dich mal! Was ist denn die Flore? Was? Ich weiß nicht, wer ist der Flank? So, tot, alles tot! Weint weg, alle! Lass mich mal bitte zurück! Lass mich mal bitte! Boah, das nervt gerade! Wenn du das doch nicht durchslitchen kannst durch die Affen hier! Komm mal her, danke, jetzt ist der Erste weg! Ah, komm! Da kommen wir durch! Da kommen wir nicht durch! Komm! Oh! Dass man nicht durchgehen kann, nur dass die halt so ein bisschen Platz machen, wenn du angelaufen kommst! Das ist halt der große Scheiß da dran! Weil du echt krass hier drin immer den hängst, das muss echt noch optimiert werden! Wow! Kann ich nicht mehr drauf! Kann ich nicht mehr drauf haben! Kann ich ein Händ- twor sein, Junge? Oh! F***! Der Erste weg hätte ich mit dem Erste weggefallen sollen! Hä! Wolltest du schlag nicht! Und... Oh, ein Siegel! Ich bin der Siegel! Ich bin der Siegel! Ich bin der Siegel! Ich bin der End der Blumen! Ich bin dein Mann! Oh, ein komischer Mann! Okay, jetzt sind wir noch 25. Übererfahrungsboost, der hier fällt mir... Okay... Rechts ist eine Sackgasse... Was hieß... Das Ding hier rechts ist die Sackgasse... Äh... Ja... Okay, jetzt gehen wir wirklich in die Sackgasse rein... Also, alle Zwischenrufe... Okay, da ist... Geht mal bitte weg, meine Freunde! Ich möchte das da haben! Das ist die Sackgasse! Das ist die Sackgasse! Komm her, mein Freund! Das ist die Sackgasse! Äh... Okay, der Kampf ist beendet... Hallo, der Kampf ist niemand... Geh mal auf den Weg! Hignis! Er ist weg, du ihn vorhanden! Du musst das nicht machen! Der Kampf ist schon wieder vorbei... Ja... Okay... Ich gehe alles raus! Just don't get too carried away! Geh... Also... Wir haben auch nur die Erfahrung von EINEM einzigen bekommen! Gut! Hat sich ja gelohnt hier zu kämpfen! Wir haben die Erfahrung von EIN der Drei Komplins bekommen! Geh... Ey... Toma, das ist doch Spaß! Macht das so Spaß, mein Herr? Nein, macht das nicht! Das macht so gar nicht Spaß! Das macht so gar nicht Spaß! Ah... Nee... Entschuldigung... Ähm... Ansonsten ist hier nur noch eine andere Sackgasse mit... ... einer Kronenplatte! Aber finde ich gut! Kann man verkaufen! Kann man alles verkaufen! Aber gar kein BMW mehr weggekommen so lange hier, bis wir das Geld so zusammen haben! Ne, wir hatten schon den... Hier mal versiegen! Äh... Lieber eine Herausforderung als... Einfach nur durch... Ewig lange... Äh... Ein Must-Out, der... Geh... Warte... Komm, stehen alle in die Durchgang? RUTUMSCHLAG! 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 Ah, komm noch! Jetzt hin! Alter, ist das... Das ist ne Metzenstelle gerade von die Komplins! Alle die quetschen sich durch den Gang durch und können nichts machen! Alter, fuck! Wow, es war ein... Ach, da hinten sind noch mehr, Alter! Ja... RUTUMSCHLAG! 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 Alter, die Damage machen hier aber echt... Oh, ganz schön, muss ich sagen! Auf jeden Fall, weil sie nicht zum Wasser sind, weil sie ja echt mal gerade ganz viele... Die Masse macht es gerade echt aus. Die sind ja gefühlt 300.000 Gobbluts. Was ist Gobbluts? Ja das hier ist ein Gobbluts. Die gute Art der Gobbluts. Die gute Art der Gobbluts, die Gobbluts. Jetzt noch eine Froschmarke Gobbluts. Ich würde schon sagen, ich kriege meinen Heidrop. Ja, bitte zu mir oder doch was. Aber eigentlich komplett voll. Ich glaube, das ist alles angepasst. Weil sonst, glaube ich, da es ja noch Heidränken gibt, weil die Dienstangebot nicht verbessert haben von dem Leben halt. Dann haben sie halt die Heilwirkung anscheinend für den Heidränken. Weil die Zahl hätte doch hier noch was selber gemacht. Aber die Heilwirkung ist ja komplett voll. Ach, da ist noch einer. Oh, einer hat mir gefallen. Ja, so eine ganze Familie ist halt noch in dem Loch, Alter. Ja, hallo? Ja, so hast du auch ein bisschen echt zu verzichten aus. Ich habe die Heilwirkung. Ja, ich habe die Heilwirkung. Ja, du kannst nicht mehr aufhören.